Katar, das sind ja die ganz speziellen. Also Katar hat jetzt die Top-Riege der Taliban eingeflogen nach Afghanistan. Weil in Doha, in Katar, war ja seit 2013 das Hauptquartier der Taliban. Also Katar und die Taliban sind eng miteinander zusammen. Katar und Muslimbrüder sind auch eng zusammen. Katar finanziert auch den Terror des politischen Islams in Mali und auch noch woanders. Katar, super. Freut mich ganz besonders, dass Bayern München da jetzt mit Katar Airways da auch Werbung macht. Dass nächstes Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft da stattfindet. Super. Ole, ole, ole. Katar. Da die ganze erste Riege der Taliban eingeflogen. Und jetzt regieren die mit der Scharia in Afghanistan. Meine Herren Gesangverein. Dann hier. Die Scharia-Rechter. Hier wunderbar, da wird jetzt also gesteinigt, gehängt, Hände abgehackt. Hmm? Untertitelung des ZDF für funk, 2017